Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Ich treffe hier jemanden. Das glaube ich nicht. Moment mal. Sie haben bei der Agentur angerufen, um heute Abend mit mir zu essen? Wollen Sie mich jetzt verscheißern? Das musste ja irgendwann mal passieren. In dieser idiotischen Stadt ist man auch nirgends vor Bekannten sicher. Aber Sie? Die Marktfrauen und so. Die sind witzig. Ich war auch mal in Griechenland vor ein paar Jahren. Da waren die Leute in den Dörfern auch so. Irgendwie ursprünglich, oder? Auf Gomera laufen viel zu viel Ausgeflippte. Jede Menge Edelölkos. Ganz schön langweilig auf die Dauer. Machen Sie sich jetzt lustig über mich, oder was? Erzählen Sie doch mal was. Zum Beispiel... Haben Sie sowas schon öfter gemacht wie heute Abend? Und? Finden Sie es geil? Haben Sie so lange Ausgang? Ja.